Hallo zusammen, ich bin Raphael Waser. Ich mache die Lehre als Storomonteur EFZ. Kommt mit, ich zeige euch meinen Alltag. Storomonteure müssen robust sein, sie arbeiten bei jedem Wetter draussen und sie müssen den Kopf bei den Sachen. Mit verschiedenen Produkten, an unterschiedlichen Gebäuden und mit Maschinen genau arbeiten. Die richtige Storraumhause ist nicht nur ein guter Sichtschutz, sondern hilft auch Energie zu sparen und so das Klima zu schützen. Wir versuchen für die Kunden alles richtig zu machen und ihnen mit unserer Arbeit Freude zu bereiten, dass sie anschliessend zufrieden auf dem Balkon sitzen können. Das Handy spielt im Alltag tatsächlich eine wichtige Rolle. Storomonteure arbeiten in einer modernen Branche. Mehr und mehr werden automatisierte Systeme verlangt, die auch über das Handy gesteuert werden können. Jetzt habt ihr meinen Ablauf gesehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewirben euch unter Justi als Storomonteur. Ich hoffe es richtig. Also gegen diese Storomonteure sein, die nicht nur in einem neuen Job vorlieben. Wenn ihr es habt, dann Training war. Über die Mordvur. Jetzt wird das große Storomonteure. Bis zum nächsten Mal.